Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zur Let's Play Alien Isolation. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Tracker bekommen und ich habe mich in diesen Schrank hier gesteckt. Ähm, wie konnte ich nochmal... Ach hier. Okay, damit konnte ich meinen Tracker aktivieren. Wo müssen wir denn hin? Okay, wir müssen wohl dann hier rein. Es scheint sich nichts zu bewegen. Achso, okay. Okay. Hier ist ein Schrank. Da hat sich was bewegt. Oh man, ich hasse das. Der Controller vibriert auch so hart. Huch. Er vibriert. Okay. 90. Es kommt näher. Es... Es kommt von da. Was ist da? Es geht... Nein. Geht es? Kommt es? Was ist das? Hey, ich verstehe es nicht. Was ist denn da? Was? Egal, ich habe gerade gespeichert. Alter, es mobbt mich das Spiel gerade. Es ist hinter mir. Sprich da. Da geht es nicht rein. Also ist gut. So. Stimmt da drin. Oh. Hallo. Na. Hä? Ist hier irgendwo ne Lüftungsschacht? Kann es hier rauskommen? Oh. Dankeschön. Da ist was. Da ist was, da ist was, da ist was. Aber ich hab eh das Gefühl, das Spiel verarscht mich an dieser Stelle ganz schön hart. Denn das Alien... Es kommt... Was ist das? Ist das einfach das Alien? Kommt es näher? Irgendwas ist da hinten. Mein Controller vibriert und es flackert auch da so. 50 Meter. Ist das weit? Ist das wenig? Ich weiß es nicht. Hm. Huch. 53. Ist wahrscheinlich... Ich hoffe, es ist nicht das Alien. Egal, ich hab da vorne gespeichert. Viel kann mir jetzt eh nicht mehr passieren. Äh. Hä? Hallo? Du scheinst böse zu sein. Ich möchte auch, um ehrlich zu sein, gar nicht da rein. Und ich hoffe auch, dass ich da nicht rein muss. Okay. Bye. Ah, das kann ich hacken. Okay. Okay, und... Höf, das war jetzt einfach. So, stopp. Das Kommunikationszentrum wird die ex... was externe Kommunikation übernehmen. Finden Sie und senden Sie eine Nachricht an die Turrents. Was ist das hier? Huch. Gekrakel. Okay. Taschenlampenbatterien sind voll. Ich möchte gerne nachladen, die Taschenlampe. Na klar, dann leuchte ich damit jetzt ein bisschen. und warte, bis sie ausgeht. La, 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 schrott. Okay, Inventar ist voll. Ja. Taschenlampen, komm. Geh aus. Wenn ich X lang gedrückt halte, passiert nichts. Nichts. Ah. Mit Y lang gedrückt halten. Dann passiert was. Äh, Winn führt der Lüftungsschacht. Der führt weiter. Okay. Äh. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, na. Suchen wir nach einer feindschaftlichen Lösung. Äh. Äh. Ist das, ist das Samuels? Oh. Hä. Guten Tag. Ja. Äh. Äh. Habe ich schon erwähnt, dass ich dieses Spiel gar nicht spielen möchte. Ich find das voll schlimm. Aber es geht ja eigentlich noch. Ich finde, in Outlast-System ging das hier zu. Echt. Purer Horror. Oh, Kamera. Kommt die bis hier nach hinten? Nein, nein, nein. Wird offen. Ich will gucken, ob die Kamera bis nach hinten kommt. ich verarschen. So, stopp. Ach, Torch. Ich will treffen das Ding nicht. Da vorne Scheiße Mann, 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 Mann Nein! Gott! Nein! Nein! Ich glaube, das habe ich falsch gemacht. So. Achso. Ja, geil, ich habe noch einen Schuss. Ich möchte mir gerne noch ein Medikit gönnen. Ich habe einen Revolverschuss. Hallo. Hallo, ich bin noch hier. Ach, Mann. Das habe ich richtig dumm gemacht. Ein Headshot reicht mit der Revolver nicht. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, geil. Ich muss also da durch. Ja, toll. Toll. So. So. Erstmal hier hinten gucken. Oh. Okay, hier ist ein Fenster. Das ist schlecht. So. Erstmal nachladen. Äh. Geil, ich habe fünf Schuss. Äh. Neun Meter. Neun Meter. Der bewegt sich nicht, ne? Der lässt sich ein bisschen Popo kraulen. Da hinten ist ein Schrank. Also, wenn ich mich jetzt so weiter in diesem Spiel so verhalte, ne? Dann bin ich direkt am Arsch eigentlich. Okay, er steht da hinten. Ich gehe mal schnell in den Schrank. Ich muss jetzt überlegen, wie ich jetzt hinkriege, ihn zu umgehen. Äh. Ach, ein Geräuschemacher schmeiße ich nach draußen. Geh zurück in den Raum. Mach die Tür zu. Ist das ein Plan? Hm. Habe ich denn Geräusch? Nein! Nein! Zurück! Ist zu doof! Was habe ich jetzt gehört? Er scheint da hinten... Er scheint da hinten zu bleiben. Hm. Hm. Er scheint echt nicht da zu sein. Das finde ich gut. So. Huch! Das wollte ich nicht. Äh, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich könnte ja... Er scheint sich nicht zu bewegen. Ach, Schrott, ey. Ich greife schon aufs Terminal zu. Äh, Fehler, ja. Fehler, ja. Fehler, ja. Jaaa! Nein! Okay, nichts. Er scheint mir nichts. Er scheint mir nichts. Was? Tun zu wohl... Äh... Hä? Er hat sich jetzt bewegt. Hat er mich gesehen? Jaaa... Oh Gott, leide, ey. Ich hab schon von Androiden voll Panik. Was soll ich denn jetzt machen, wenn das Alien kommt? Och Mann, nööö. Ich will doch gar nicht. Nein, 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 neins. Kommst du jetzt, du Arschbacke? Ich versuche, meinen Kopf gerade zu drehen und merke... Ah! Das bringt eigentlich gar nichts. Ich starr sowieso auf dem Monitor. Ah, ja, geil. Nö. Er steht da immer noch. Ich muss wahrscheinlich... ...da irgendwo hin. Deswegen... ...verkrieche ich mich unter den Tisch. Kann ich da runter? Oh, geil. Ich kann hier unter den Tisch. Das ist nice. Ich muss da wetten rein? Natürlich. Natürlich. Da ist was. Ich könnte ihn versuchen rauszulocken. Indem ich... ...ein Geräuschemacher... ...ein Geräuschemacher rauszugeben. Ups, das war eine Rauchbombe. Ich habe noch gar keine Geräuschemacher. Scheint sich nicht zu bewegen. Huch! Was war das denn? Hallo? Äh, äh, äh. Geh runter. Egal. Huch. Ja, genau. Geil. Kann ich jetzt was bauen? Nein, so. So. Hä? Ach, eine Leuchtfackel kann ich auch nicht bauen. Nicht Spaß. Ach. Ich versuche eine Leuchtfackel zu bauen. Ey, ich bin auch schon... ...komplett unten durch. Ah, ich brauche jetzt schon tonnenweise von dem Zeug, ey. Ich kriege zu viel. Er macht ja nichts anderes da. Sprich. Wo ist er? Der macht jetzt da was. Da ist was. Ich kann einfach mal jetzt entspannt hier hingehen. Denn... ...er macht hier nichts. Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Aber... ...ich habe ganz schön lange gebraucht, um das zu erkennen. Ich weiß das auch. Aber... ...es ist besser Späteisen. Und da liegt ein Ausweis. Ausweiskarte. Ich muss da rein. Was ist das da? Reagiert da? Äh, huch. Hier unten drunter. Ich habe jetzt nicht gemerkt, ob er reagiert hat. Ähm, aber ich muss ja auch wirklich... Ah, nee. Ich muss da ja gar nicht rein. Haha, Witz. So. Ich mache da mal... ...einen Abgang. Was hast du da drin gehabt? Leuchtwackelnd. Ja, die sind voll. So. Mir scheint keiner zu folgen. Ich verstecke mich direkt. Ach, geil. 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 Ah, schön. Das ist doch mal... Was? Wie jetzt? Kein Ladescreen? Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen Personal. Ach so. Speichern. Schön. Ja, äh, Karte. Äh, sammle ich... Ja, wir müssen jetzt zur Kommunikationszentrale. Ob das so einfach wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Let's Play Alien Isolation. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen heute. Es macht voll keinen Sinn. Ich verabschiede nämlich schon und rede dann weiter. Aber gut. Ähm, ja. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Let's Play Alien Isolation. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und bis dahin. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Let's Play Alien Isolation.